Die reinste Geist der Stadt. Sarah Jane erwähnte, dass sie die Leute mitnehmen. Aber warum? Nachdenken, Donna, Sie haben Rose in der Parallelwelt getroffen. Was sagte sie? Na ja, nur, dass die Dunkelheit kommt. Weiter nichts? Fragen Sie sie doch einfach selbst. Untertitelung. BR 2018 Eliminieren! Ich bin hier. Er hat mich getroffen. Es wird alles gut. Ich bin's, Doktor. Rose. Hallo. Verdammt, lange her. Ja. Mal beschäftigt. Nein, nicht. Nicht sterben. Nein, nicht. Oh mein Gott. Nicht sterben. Er muss in die Tades. Schnell. Bewegung. Die wirken mich gegen Daleks. Ach ja? Ich werde mich wehren. Genau wie Owen, genau wie Tosh. Bist du dabei? Ja, man. Was? Was tun wir jetzt? Es muss doch eine Medizin oder sowas geben. Treten Sie zurück. Rose, tun Sie, was ich sage. Gehen Sie von ihm weg. Er stirbt. Sie wissen, was jetzt geschieht. Wie meinen Sie das? Nein, nicht jetzt. Ich bin auch so weit gekommen. Was meinen Sie? Was geschieht jetzt? Es fängt an. Menschliche Fahrzeuge sind verboten. Ich ergebe mich. Bitte entschuldigt. Daleks, akzeptieren. Keine Entschuldigung. Du wirst eliminiert. Eliminieren. 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 Also dann, viel Glück, Doktor. Kann mir mal jemand erklären, was los ist? Wenn er stirbt, dann wird sein Körper. Er repariert sich selbst. Er verändert sich. Aber das geht nicht. Es tut mir leid. Ich kann nichts tun. Ich werde regenerieren. Also dann, wo waren wir?